Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DRD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DRD Kapital AG, aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator. Die Energiepreise scheinen aktuell nur noch eine Richtung zu kennen. Aufwärts, Entspannung, Fehlanzeige. Doch was bedeutet das eigentlich für die Unternehmen aus dem Energiesektor gerade in Europa? Sind beispielsweise die Versorger als klassische Value-Aktien gerade einen genaueren Blick für Anleger wert? Diese und weitere Fragen möchte ich mit meinem heutigen Gast klären. Hagen Ernst, stellvertretender Leiter der DRD Research Abteilung und Spezialist für Energieversorgeraktien. Sehr aussagen. Vielen Dank, dass du mal wieder als Podcast Gast bei uns dabei bist. Ja, hallo. Ich denke mal, da kam eine Menge von Faktoren zum Tragen, die unglücklicherweise relativ zeitgleich eingetreten sind. Angesichts des europaweiten Ausstiegs aus der Kohle und in Deutschland kommt noch zusätzlich hinzu aus der Kernenergie, ist die Versorgungslage europaweit tendenziell sowieso angespannter geworden. Dann kam noch hinzu, dass halt Gas aus Russland nicht mehr in dem Ausmaße geliefert worden ist. Und dann zu Jahresende gab es halt Hiobsbotschaften aus Frankreich, dass ein Teil der Atomkraftwerke ungeplante Stillstände hatten und erst mal jetzt für eine längere Zeit ausfallen. Dazu muss man wissen, Atomstrom aus Frankreich ist eine wichtige Säule für die europäische Stromerzeugung. Also hier nur mal nach Hausnummern zu nennen. Normalerweise weltweit wird so 15 Prozent aus Atomstrom des gesamten Stroms gewonnen. In Europa ist es 30 und der Großteil kommt aus Frankreich. Ja, auch Deutschland zum Beispiel importiert Atomstrom aus Frankreich. Und vor dem her war es halt sehr schmerzhaft, dass jetzt ausgerechnet, wo sowieso die Lage angespannt war, noch die Atomkraftwerke in Frankreich ausfallen. Frankreich macht 50 Prozent des Atomstroms gut 50 Prozent aus in Europa. Und die Reaktoren, die jetzt da ungeplante Stillstände hatten, die sind für zehn Prozent des gesamten französischen Atomstroms stehen. Also nicht unerheblich. Insofern, ja, wie gesagt, eine Reihe von Faktoren kamen dahin zu. Und ja, zusätzlich natürlich, jeder kennt es, Öl- und Gaspreise sind natürlich auf sehr hohem Niveau. Der CO2-Preis ist auch auf einem sehr hohen Niveau. Die Emissionszertifikate sind hier schon nahe 100 Euro pro Tonne. Die haben sich mehr als verdoppelt. Das ist auch politisch so gewollt, weil man will ja möglichst emissionsfreie Stromproduktion und generell auch die Klimaziele erreichen und dementsprechend CO2 einsparen. Aber das führt natürlich jetzt temporär zu extrem hohen Strompreisen, die Gemengelage, die wir haben. Ja, also sehr, sehr angespannte Lage. Jetzt kurzfristig auf jeden Fall. Lass uns doch mal dahin schauen, was das jetzt auch für Effekte hat, neben den für uns allen bemerkbaren steigenden Preisen. Was bedeutet das für die Unternehmen, die damit zu tun haben? So maßgeblich vor allen Dingen die Energieversorger in Europa? Ja, bei den Energieversorgern generell kann man festhalten, dass es tendenziell schon mal sogar eher positiv ist, weil ein knappes Gut, in dem Fall halt Strom, ist nie schlecht, sage ich mal. Hiervon dürften vor allen Dingen Stromerzeuger profitieren. Vor allen Dingen natürlich diese, die fixe Kosten haben. Also sprich, möglichst viel der Stromerzeugung aus Atom- oder Wasserkraft erzeugen können. Hierzu nennen wäre natürlich Verbund. So der führende Wasserversorger in Europa, aus Österreich. Die Fortum, das ist ein Mix aus Kernenergie und Wasserkraft in Skandinavien. Uniper hat auch sehr viele Wasserkraftwerke in Skandinavien, die natürlich da stark an Wert gewonnen haben unter der aktuellen Lage. Aber interessant ist auch so ein indirekter Play wie eine RWE, die zwar jetzt, deren Kerngeschäft ist quasi Stromerzeugung aus Erneuerbaren mit längerfristigen Verträgen. Aber die haben halt auch nicht alles abgehätscht. So gut zehn Prozent ist ungehätscht. Und bei extrem hohen Strompreisen, wie wir sie jetzt sehen, kann sich das dann auch spürbar positiv auswirken. Man hat es jetzt auch gesehen, jüngst haben die vermeldet, dass 2021 deutlich besser als erwartet gelaufen ist. Jetzt haben wir die Energieversorger, die also kurzfristig zumindest mal von der Situation profitieren können. Bei der Preisentwicklung und dem weiteren absehbaren Verlauf zumindest könnte man ja oder müsste mal noch davon ausgehen, du hast es ja auch schon angesprochen, dass Öl und Gas gerade Unternehmen aus dem Bereich aktuell auch eine gute Perspektive haben. Würdest du das so unterschreiben? Ja oder nein. Also ich meine auf dem aktuellen Öl- und Gaspreis auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich, wie nachhaltig dieser ist. Wir haben zum Beispiel heute die Nachricht gesehen, dass Russland Russland nun doch mehr Gas über Nord Stream 1 liefert. Das hat dann gleich mal dazu geführt, dass der Gaspreis hier um zehn Prozent korrigiert hat. Insgesamt bleibt schon festzuhalten, dass eigentlich vor allem der Gaspreis auf einem unnatürlich hohen Niveau ist. Sprich, der müsste eigentlich runterkommen. Insbesondere auch saisonal bedingt, eigentlich im April sollten wir hier eine Entspannung haben. Nichtsdestotrotz dürfte sowohl Öl und Gas natürlich auf deutlich höherem Niveau verharren als vor Covid-Zeiten, wo wir einen Ölpreis von 60 oder drunter oftmals hatten. Ich denke mal, dass die Zeiten vorbei sind. Ja, was heißt das dann für die Öl und Gas Unternehmen? Das ist halt wirklich schwer abzuschätzen, weil die Gewinne sind jetzt auf einem sehr hohen Niveau und die Aktien nicht teuer. Nur die Frage ist halt, wie nachhaltig das Ganze ist. Insofern wirklich schwer zu sagen. Eventuell sind hier Versorger vielleicht etwas sicherer als Öl und Gas Unternehmen. Ja, da vielleicht noch eine Folgefrage zu. Also die wirtschaftliche Perspektive ist das eine. Die andere, die ja auch die wirtschaftliche Perspektive durchaus beeinflusst. Es ist ja kein Geheimnis, dass gerade der Bereich Öl und Gas unter ESG-Gesichtspunkten ein relativ heikles Thema doch ist. Können denn Anleger da überhaupt, jetzt mal beziehen wir das mal auf die europäischen Unternehmen guten Gewissens in Anführungsstrichen investieren? Ja, das ist eine gute Frage. Ich sage mal, die Bemühungen sind da. Vor allen Dingen jetzt Unternehmen wie eine BP, aber auch eine Equinor oder eine Total, die haben die Zeichen der Zeit schon erkannt und investieren halt sehr stark auch in eine Erneuerbare. Nichtsdestotrotz bleibt. Das Kerngeschäft heißt Exploration von Öl und Gas und das ist halt nicht besonders nachhaltig. Das muss man sich schon bewusst sein. Aber vielleicht auch da nochmal so selektive Unterschiede wahrscheinlich zwischen den Unternehmen. Ja, was ich jetzt aus dem Gespräch insgesamt mitnehmen würde. Also was man festhalten kann, ist die Energiesituation oder die Versorgungssituation bleibt jetzt erstmal angespannt. Die Preise bleiben erstmal hoch, zumindest so lange, bis die saisonalen Effekte vielleicht wieder nachlassen. Und jetzt gerade, wenn man sich den Bereich der Versorger anschaut, hat man da als Anleger schon ganz, ganz gute Optionen. Würdest du das auch so, könntest du das so unterschreiben, das Fazit? Ja, das würde ich schon so sehen. Zumal der Charme der Versorger ist ja, die sind jetzt auch noch nicht so stark gestiegen. Also ich sage mal, auf ein Jahr sind die vielleicht mal 10 Prozent gestiegen. Nur mal hier eine andere Hausnummer zu nennen, Öl- und Gasunternehmen zugegebenermaßen vom niedrigen Niveau sind ja schon 40, 50 Prozent gestiegen. Also insofern kann ich das schon so unterstreichen. Die sind nicht teuer und können von den steigenden Strompreisen in einer gewissen Weise profitieren, die Unternehmen. Ja, dann sind wir leider auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Hagen, es war wie immer ein extrem informativer Austausch für mich. Und deswegen sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und natürlich auch für deine Expertise. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Themen aus diesem Podcast weiter vertiefen möchten, dann lege ich Ihnen den aktuellen Branchenkommentar von Hagen Ernst ans Herz. Dort können Sie nämlich nochmal alle wichtigen Fakten zum heutigen Podcast nachlesen. Den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Shownotes. Ja, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut. Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.